Alfred, wieder AG. Und die Zweijährigen sind auf der Reise. Thunderstruck hat sich am Start etwas versäumt und auch nicht ganz gut weggekommen ist. I'll be your man. Magic Art hat das Kommando mit Lucky Valentine, mit Choff und dazwischen galoppiert Samandua. Dann sind es fünf, sechs, sieben Längen bis zu I'll be your man und Thunderstruck am Schluss des Feldes. Das Tempo ist relativ gut. Vorne vorgelegt von Magic Art. Zweites Pferd Lucky Valentine, dritter ist Choff von der Außenseite, viertes Pferd zwischen den Pferden galoppierend Samandua. Dann nach wie vor deutlicher Abstand zu I'll be your man und zu Thunderstruck. So ist das Feld Ende der Gegenseite, kommt in den Schlussbogen hinein und vorne wird Magic Art jetzt von Choff flankiert. Choff außen von Magic Art, drei Längen dahinter, galoppiert Lucky Valentine, dann Samandua. Und dann rückt jetzt zügig I'll be your man in die vordere Linie und auch Thunderstruck ist deutlich auf dem Vormarsch. Es geht in Richtung der Zielgeraden, vorne nach wie vor Magic Art gemeinsam mit Choff. Dahinter erscheint jetzt bereit I'll be your man in dritter Position. Lucky Valentine lässt sich anschieben, Thunderstruck kommt, Samandua kann nicht mehr folgen. Es geht in die Zielgerade rein, noch 550 Meter. Magic Art, Choff an seiner Seite, Magic Art mit Choff und jetzt kommt I'll be your man. Vorne ist aber Choff mit Magic Art. Choff ist vorne vor Magic Art und I'll be your man versucht dahinter den Vorsprung zu verkürzen. Aber vorne weiter Magic Art, Magic Art vor Choff und I'll be your man. Dann kommt Thunderstruck vor Lucky Valentine, Magic Art weiter vorne. Magic Art mit Choff, Magic Art und Choff, der lässt nicht locker. Magic Art ist aber vorne und macht sich jetzt frei. Und jetzt kommt Thunderstruck innen durch mit Lucky Valentine, mit I'll be your man. Aber vorne Magic Art, Thunderstruck wird stärker. Vorne Magic Art, Thunderstruck kommt jetzt. Thunderstruck an der Innenseite, Magic Art, Thunderstruck, Magic Art, Magic Art, Magic Art. Magic Art, Choff ist auch dünn vor Thunderstruck, dritter wird Lucky Valentine, vierter dann I'll be your man vor Choff und weit zurück Samandur. Und der vorläufige Richterspruch im ersten Rennenpreis der Alfred Wider AG. Hauchdünne Angelegenheit gleich mal zum Auftakt der Veranstaltung. Es gewinnt ganz, ganz knapp die Programm Nummer vier, Magic Art. Auf dem zweiten Platz die sechs Thunderstruck und dritter war die...